Boop 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 Yes! 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 Ah shit, here we go again Euer einziger Unterschied ist Phoenix Bird guy hat ihn schon wieder eingebaut Nein, die spielen denn das gleiche wie wir Ja habe ich doch gerade gesagt Der einzige Unterschied ist Jet Phoenix Ja und euer Phoenix Were Diamond, deren Jet war nur Gold Deren Jet wurde 30C No 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 Geht an, geht an, geht an Oh Gott, er hackt wirklich, Shopee 4 GG! Hey What the fuck? Wo bin ich hier, warum schon wieder? Ich habe die Pest gebaut, ob du es warst. Oh no 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 no... Oh no no no... Oh no no... Oh my god... Oh my god... Oh my god... Ich hab das noch nie gesehen, zwei... Ich hab noch nie gesehen, zwei... Du hast auch schon gesagt, dass Leute cheaten. Ja, aber... Ich peek die gar nicht erst, ich gehe für Exits. Just a peek, just sit in the corner. Just to push three guys in. Wir kriegen den... Don't stand behind in the blue. Find him. Run, run, run! He's in my hand. He's in the middle, okay? He's in the middle, right? He's in the middle. Oh, I know. Oh, Fregs... I heard the bottom line. Hehehe... That was the bottom line. Yeah! Yeah! I've never actually encountered a hacker in Valorant before. I mean, a prefire. Oh my god, winnable, winnable. Winnable. Lose the build, Lose the build. Warum wird die Räsen? Ist, 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 ist. Wunderschön. Dude, die Räsen suck. Komm in, Link. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020